Hi, ich bin Tobi vom Beruf Physiotherapeut, Manualtherapeut und Athletiktrainer des Deutschen Olympischen Sportbundes sowie zertifizierte Ernährungsberater. Ich bin seit über zehn Jahren im Handball tätig und seit fünf Jahren im Handball-Leistungszentrum, begleite seitdem verschiedene Spielerinnen und Spieler auf ihrem Weg in die höheren Ligen und bereite auch Spieler auf internationale Turniere wie zum Beispiel Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und Champions League vor. Begleite Olympianiken oder Leute, die zum Beispiel vorhaben, einen Rekord aufzustellen.